ist, dass dieses Auto nach Möglichkeit schon bei der ersten Fahrt auseinanderfällt. Deswegen hat man auch die Air Suspension kaputt gemacht, also manipuliert und alles andere. Der Motor ist nicht gelaufen. Die Karre war in einem ultrabeschissenen Zustand. An dem Tag, als ich die Karre zum Laufen gekriegt habe, und zwar in Vollendung, ist der Porsche abgebrochen.